Hi, heute gibt es ein kleines Video, das ihr nicht zu ernst nehmen sollt. Wenn ihr mal Einschlafprobleme habt, dann fragt eure Eko einfach mal nach folgendem. Alexa, was ist Pi? Das Ganze geht vermutlich unendlich weiter und irgendwann werdet ihr vermutlich wunderbar einschlummern, weil Alexa einfach nicht mehr aufhört, die Zahl Pi zu nennen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.